Was für Euskirchen, oder? Wir sind jetzt in Euskirchen auf den Altenmarkt. Wir haben heute den 10.11.2007 und wir haben Rennen über Kölle. Ja, wir haben extra, weil wir wussten, dass morgen schlechtes Wetter ist und dass es regnet und stürmt, ein Lied geschrieben mit einem Rennen mit einem Sturm. Ich habe geschrieben. Ja, Andrea hat geschrieben. Es lügt. Es hat die Morgen geschrieben. Ja. Es hat gestern gebrannt in den Müllermer Stadtteilen. Ja, ich musste evakuiert werden. Nur die Marion. Nur ich. Die Marion, die Bois. Die Marion, die Bois. Tschüss, bis später. Tschüss.